Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Das bedeutet, allein in Magdeburg könnten 34.600 Frauen von Gewalt betroffen sein. Darauf will man aufmerksam machen, im Mittelpunkt stehen entsprechende Hilfsangebote. 147 Frauen sind im vergangenen Jahr durch Gewalt zu Tode gekommen, in Deutschland, in der Mitte Europas, im 21. Jahrhundert. Das ist eine erschütternde Nachricht. Der 25. November ist weltweit der Tag gegen Gewalt an Frauen. Und als Stadtbibliothek unterstützen wir diese Aktion heute, die ganz maßgeblich vom Amt für Gleichstellung der Landeshauptstadt Magdeburg organisiert wurde, gemeinsam mit den Sor-Optimisten und weiteren Partnern, gerne, weil wir zunächst einmal über diesen Tatbestand informieren wollen, dass es auch mitten unter uns immer noch Gewalt gegen Frauen gibt, die in den allermeisten Fällen von Partnern oder Ex-Partnern ausgeht. Die weltweite Aktion Orange Your City rückt das Thema in den Mittelpunkt und will an die Opfer erinnern. Orange ist dabei die Kampagnenfarbe der UN-Women. 1999 wurde der 25. November von der UN-Generalversammlung als Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen bestimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017